Jawohl, ich pass auf. Mario, welcher Zeitreisetyp bist du? Bist du Kandidat 1, der selbsterfüllende Prophezeiungstyp, der durch seine Reise in die Vergangenheit die Zukunft gar nicht ändern kann, weil sie durch seinen vergangenen Einfluss ja jetzt schon genau so stattfindet, wie er sie durch seine noch bevorstehende Reise in die Vergangenheit bereits geändert hat? Oder bist du Kandidat 2, der Zurück-in-die-Zukunft-Typ, der durch seine Reise in die Vergangenheit die Zukunft so beeinflussen kann, dass in ihr plötzliche Änderungen stattfinden, indem etwa Lebewesen oder Gegenstände erscheinen oder verschwinden, der aber aufpassen muss, dass er seinem eigenen Ich nicht begegnet, weil er dadurch entweder das Universum zerstört oder in Ohnmacht fällt? Bist du vielleicht Kandidat Nummer 3, der Pseudorealismustyp, der weder mit selbsterfüllenden Prophezeiungen noch mit Zurück-in-die-Zukunft etwas anfangen kann, sondern Zeitreisen als langweilig abtut, der sich im selben Atemzug aber Prison-Break bis zur letzten Staffel anschauen kann? Mario, jetzt musst du dich entscheiden! Na Mario, was bist du fein Zeitreisetyp? Das ist fies! Zöge, ich hab das Mikro vorhin abgedreht! Ja, musste ich auch machen Ja, das war jetzt nochmal zusammengefasst, welche Diskussion wir beim letzten Mal hatten Wir haben uns nämlich nur zwischen den ersten zwei Möglichkeiten unterhalten Und du fandest es ja gar nicht gut, hab ich so rausgehört Aber es lag nicht an der Zeitreise, muss ich dazu sagen Achso Die Idee fand ich ja eh recht cool Das war's nicht, also ja Ich hätte jetzt Nummer zwei gewählt Aber ich bin ja auch Nummer drei, weil ich habe Prison-Break angeschaut Die Nummer drei war etwas auf dich zugeschnitten, muss ich sagen Ja, ist mir auch gefallen Das ist schade, dass du Nummer zwei gewählt hast, weil dann ist Phil nicht mehr unter Unterzahl Weil Jan und ich lagen bei Nummer eins und Phil und du liegen dann bei Nummer zwei Echt? Dann habe ich mir die Reihenfolge falsch gemerkt Du hast doch gesagt, es ist gut, wenn sich irgendwas nachträglich ändert Weil es interessanter wäre Ja, wenn man eine Geschichte erzählt Ja Und das war ja auch deine Meinung, dass das so sei mit dem Tagebuch Und Jan und ich waren ja der Meinung, das war schon immer so im Tagebuch drin Egal Das habt ihr nur gesagt, weil Zeitreisen halt in echt so funktionieren Stimmt Wir sind halt die Realismus-Typen, also der Zeitreisen-Logik Ja Und wenn du jetzt hier acht Punkte vergeben hättest, Mario, wäre auch egal Bei unseren 3x42, ich habe es ausgerechnet, wäre es im Durchschnitt immer noch 34,5 Naja, ich hätte das schon 15 gesagt Ich glaube 8 war doch ein bisschen übertrieben, aber 15 Achso, na gut Ja Alles klar, ja, da sind wir wieder Heute ohne den Jan, dafür mit dem Mario Und wir haben auch einen Kommentar bekommen, den ich mal vorlesen will Stefan schreibt Namaste Ich wollte mich einfach nur mal recht herzlich bei euch allen bedanken Den Podcast habe ich nur durch Zufall entdeckt Nachdem ich die komplette Serie schon mehrfach Ausrufezeichen durchgeschaut habe Eure Gedanken zur Serie lassen meinen Weg von und zur Arbeit nun wie im Flug In Klammern nicht 815 vergehen Also, vielen Dank und weiter so Have a klackety-klack-klack-day Piep Vielen Dank, Stefan Ich finde es immer wieder schön Und so hat es Phil ja auch schon geantwortet Wenn uns da jemand Feedback gibt Weil das ja doch nicht so oft vorkommt Ich bin auch sehr daran interessiert Zu wissen, wie du uns gefunden hast Falls du das hörst, dann kannst du dich ja nochmal melden Und falls du es überhaupt erzählen willst Ja, und wenn er da jetzt nicht drauf reagiert Das wissen wir nämlich, dass er gelogen hat Dass es nur irgendein Troll ist, der unser Troll gar nicht bleibt Ja genau, ein chinesischer Spambot mit Phrasen aus Lost gefüttert So wie Have a klackety-klack-klack-day Okay, dann kommen wir heute zur nächsten Folge Ähm, die da heißt Phil Phil Äh, Jijion Oder so Jijion Wir sind alle nicht so gut in Koreanisch Ja, es ist ein Name Und er heißt natürlich dann auf Englisch und auf Deutsch genauso Wobei, das muss ja nicht so sein Der Herr der Ringe Da heißen die Leute ja auch im Deutschen und im Englischen anders Aber hier ist es gleich Wir sind am 95. und 96. Tag Also kurz nach Weihnachten Oder es ist sogar noch Weihnachten Die Folge ist von Edward Kitzes und Adam Horowitz Die alteingesessenen Drehbuchschreiber Regie Steven Semel Habe ich noch nie gehört, müssen wir nicht drüber reden Ha Hm, wie fangen wir denn an? Mit der Folge, meinst du? Mhm Ähm Mario, hast du einen Wunsch? Ähm Nein, nicht wirklich Außer wir machen es wie Das vorletzte Mal Vorvorletzte Mal Wo alle gemeint Ja, das müssen wir sowieso machen Das meine ich, ja Aber ich finde, wir können die Rückblenden Die lassen sich nämlich ganz flugs erzählen Ja Oder? Ja Oder nimmt das den Spaß? Nein Ich finde, das kann man ja ganz flott machen Weil in den Rückblenden Sieht man ja die ganze Zeit nur wie Wie, ähm Also diese Folge, hast du ja noch gar nicht gesagt Dreht sich natürlich bei einem Unaussprechlichen Namen Um, um, um Jin und Sun Und in den Flashbacks sieht man eben Ähm Wie Jin die ganze Zeit verzweifelt versucht Rechtzeitig ins Krankenhaus zu kommen Und ein hübsches Geschenk zu besorgen Und so weiter Und hat dabei ganz viele Ganz viele Widrigkeiten zu überwinden Und es ist eben in dieser Folge so Dass während der Flashbacks Gar nicht klar ist Dass das Flashbacks sind Ähm Dass es Flashbacks sind, ist glaube ich klar Nur, dass sie Flash-Forwards Naja, es ist, genau Es ist ja eben ein Zusammenspiel von Flashbacks und Flash-Forwards Genau, das ist nicht klar Dass sie sich in völlig unterschiedlichen Also, ja, okay Das war dumm ausgedruckt Also wir haben Wir haben zwei Handlungsstränge Die nicht auf der Insel spielen Ähm In dem einen Bekommt Bekommt Sun eben Äh Die benannte Tochter Ja Ähm Und da wird eben Relativ schnell klar Dass es ein Flash-Forward ist Weil, ja Sie hatte ja kein Kind vorher Und sie wird auch irgendwann Als OJNX-6 da betitelt Und gleichzeitig Sieht man eben immer Was ich gerade von Jin beschrieben habe Wie er versucht da ins Krankenhaus zu kommen Und das sind aber eben Tatsächlich Flashbacks Die Ähm Spielen bevor sie auf die Insel Auf die Insel gekommen sind Weil er nämlich tatsächlich Nur einen Auftrag für Für ihren Vater erledigt Um irgendeinen wichtigen Typen Ähm Ein Geschenk zu überreichen Der Opa geworden ist Das merkt man aber Erst ganz am Ende Weil die ganze Folge über Denkt man Er ist auf dem Weg Und hat sich verspätet Um zur Geburt Seiner Tochter zu kommen Genau Ja Also ein Ein Mind Nein Ein Brain Fuck Oder wie man das so sagt Ja Und ich habe auch drauf geachtet Es gibt wirklich keine Keine Stelle An der man es Wissen kann Also es Manchmal ist es ja so Dass so zwischendurch schon Ähm Wenn man es weiß Dass man das an An irgendwelchen Kleinigkeiten Erkennen kann Und wenn es die ja gab Dann habe ich sie nicht gesehen Ähm Erkennt man Woran? Panda Ja und? China Panda ist nur in China Und nicht in Korea Ja aber es war ja in Korea Trotzdem Hä? Ja aber Jin war in China Nö Nein Jin war in Korea Sicher? Ja Ja Das war ja der Der chinesische Botschafter Nein Genau Und was will der Chinesische Botschafter in China? Ja aber Ja aber warum soll er ein Panda kaufen? Er ist ja kein Chineser Sondern ein Ja aber der Typ ist Chinese Ja aber warum sollte Jin Dann seiner Tochter Ein Panda kaufen? Boah okay Also dafür war ich War ich Okay Dann hätte man es vielleicht Daran merken können Dafür war ich dann zu blöd Also ich glaube Man kann auch deutschen Kindern Ein Panda kaufen Ja Ich dachte jetzt eher Weil sie halt so Dinge Eingebaut haben Wie dass Sohn während der Geburt Nach Jin fragt Und so weiter Und ihr müsst meinen Mann anrufen Und dann hört man Wie er einen Anruf kriegt Und sagt Ja ja ich bin schon unterwegs Und so Also Ich habe es nicht gemerkt Ja ich nur ein Panda eigentlich Weil die Asiaten sind Da mit Tradition ja eher Der Strenger als wir jetzt Europäer und so Und Ein Panda Ich glaube nicht Dass ein Koreaner jetzt Ein Panda kaufen würde Puh Aber der Weiß ich nicht Der Verkäufer Der hat auch einen Drachen empfohlen Und einen Drachen Verbinde ich mehr mit China Als Als Pandas Aber ich kenne mich auch Nochmal fürs Protokoll Mario Du hast also Bevor das aufgelöst wurde Gewusst dass das zwei Zeitstränge sind Die nicht zusammenhören Nein Nein Das habe ich nicht gewusst Nein Nein Er ist ja nicht Jan Ich wollte nämlich sagen Sonst müssen wir Erstmal von Jan Gegenprüfen lassen Nein Nein Das habe ich nicht gewusst Ich war auch total überrascht Am Ende Eigentlich ziemlich cool Dass sie das verbunden haben Mit Flash Forward und Flashback Aber jetzt wurde viel halt Dann jetzt Gemeint Ja man erkennt es nicht sofort Habe ich jetzt kurz Darüber nachdenken müssen Und dann Eh Da ist ein Panda gewesen Okay Und irgendwie passt es ja doch nicht Mit China und Korea und so Aber Das mit den Drachen Ich glaube Ich glaube das ist eher Asiatisch so verbreitet Mit den Drachen Das ist jetzt eher nicht China Naja Sie haben es auf jeden Fall Ja eh Aber ich habe jetzt nur noch etwas Gesucht jetzt Wo man es doch merken könnte Ich finde Du hast es gerade schon Angedeutet Mario Dass sie jetzt sehr mit diesen Flashbacks und Flashforwards Spielen Also mit den Techniken Die man damit machen kann Sie machen jetzt nicht einfach Die ganze Zeit Flashforwards Wo sie früher die ganze Zeit Flashbacks gemacht haben Sondern verbinden das Miteinander Und jedes Mal ein bisschen Anders Und das hier war so Der Höhepunkt dessen Was man damit so machen kann Dass man den Zuschauer Glauben lässt Das ist eigentlich gleichzeitig Und dann stellt sich Ganz am Ende heraus Dass es eigentlich Völlig unterschiedliche Zeitlinien sind Und das war Ja und das ist ja auch Ganz nett Weil man so Doch immer wieder noch Weil eigentlich denkt man Jetzt Haha Wir haben ja mittlerweile Rausgekriegt Dass es keine Flashbacks mehr sind Sondern dass es jetzt Alles danach spielt Dass man da doch Immer noch so Ein Überraschungselement Drin hat Genau Und das war auch Der Höhepunkt der Folge Fand ich jetzt für mich Auch inhaltlich Also das ist das Wodran ich mich Wenn ich an die Folge denke Erinnere Aha Das war die Folge Wo sie uns verarscht haben Ist nicht gelungen Wobei ich Als ich die jetzt Wieder gesehen hatte Zum ersten Mal Habe ich es auch Nicht mehr gewusst Sondern bin wieder Drauf reingefallen Dass das gar nicht Zusammenpasst Ja Du hast jetzt eigentlich schon In deiner bekannten Art Die Flashbacks abgehandelt Ja Und die erste Hälfte Der Flash-Forwards Ja Ich finde Es gab halt Ansonsten Ja Ich finde Da gibt es nicht Groß Groß viel Zu analysieren Weil es in den Szenen Nicht um das geht Was in der Szene passiert Sondern die nur da sind Eben um diesen Überraschungseffekt Zu haben Dass sie hier Zwei Zeitlinien So erzählen Das aber nicht klar ist Genau Also bis auf diesen Schluss von den Flash-Forwards Gibt es da eigentlich Wenig Wenig Neue Interessante Informationen Und es war auch Niemand sonst In den Flash-Forwards Den wir kannten Das war eigentlich nur Nur Gin In den Flashbacks Äh sorry In den Flashbacks Ja genau Ja dann können wir Noch die Flash-Forwards Uns angucken Oder Dann machen wir die Jetzt auch Fertig Ja Ähm Da geht es eben Genau darum Dass Zun jetzt hochschwanger ist Auf der Insel ist sie Ja im zweiten Monat Glaube ich Und Das heißt Das ist jetzt schon Sieben Monate später Denn sie Ähm Bekommt Wehen Und ruft Den Notarzt Lässt sich ins Krankenhaus Einliefern Und fragt eben auch Die ganze Zeit Nach Nach Chin Das ist halt Auch noch so Ein Hinweis Dass Ähm Sie die ganze Zeit Äh Sagt wo ist er Wo ist er Er muss doch jetzt Hier sein Und dann sieht man Wird eben auch immer Genau dann umgeblendet Zu Chin Was ja dann Da Ich weiß nicht Wird es gesagt Dass Dass es irgendwie An den Medikamenten Gelegen haben soll Oder Wird es gar nicht erklärt Wieso sie dann nach Chin fragt Weil sie weiß ja schon Dass Chin nicht kommen kann Zur Geburt Ja aber das Am Ende erklärt sie es irgendwie Okay Das habe ich gar nicht mitbekommen Habe es nicht wirklich gelesen Weil sie koreanisch redet Und dann Schaue ich ab und zu immer weg Weil nicht immer Ein Text eingeblendet wird Da denke ich Okay jetzt wird sich ja auch Nichts eingeblendet Und dann ist es eingeblendet worden Ja Und dann schaue ich aufs Handy Und ja Da hattest du Phil Dich ja schon beschwert Dass Netflix Die Untertitel Ich habe es immer noch nicht gelernt Also Also gar nie Oder manchmal nicht Ja Ja nein Entweder mache ich halt Die Untertitel an Und dann habe ich die ganze Zeit Untertitel Ja Aber Englisch Kann ich ja Und dann lenken die mich Eher ab Aber wenn ich die Untertitel Ausmache Dann kriege ich halt auch Fürs Koreanische Keine Untertitel Okay Und da brauche ich die schon Weil bei meinen Ist es so Dass die tatsächlich Manchmal nicht Manchmal nicht angezeigt werden Bei der DVD meinst du Genau Ja Das war ja schon immer so Und früher war es ja dann so Dass man dann auch nicht mitbekommen hat Was die beiden untereinander reden Und so ist es teilweise jetzt auch noch Teilweise sieht man dann aber Untertitel Ja Wahrscheinlich wenn es dann für die Verhandlung Wirklich wichtig ist Oder so Ich habe auch mal bei Netflix Die Untertitel jetzt angemacht Um das auszuprobieren Bei einer anderen Serie Und da ist mir aufgefallen Dass die auch die ganze Zeit Dann wenn Musik im Hintergrund läuft Oder sowas Das auch untertiteln Oder dann noch so Jetzt klappt eine Tür zu Oder sowas Also das ist dann scheinbar Wirklich für Gehörgeschädigte Genau Ja Na gut Also Soon wird dann irgendwann Mutter Und das Kind ist auch In Ordnung und gesund Und Das war es dann im Krankenhaus schon Oder sie ist dann später In der Szene zu Hause Ja Und wird besucht Von Hurley Im Anzug Im Anzug Ja Und da habe ich mich gefragt Ob das jetzt in Los Angeles war Oder ob das in Korea war Aber Ja das war ganz bestimmt in Korea Aber ist dann Hurley dahin geflügt Ja gut er hat ja eine Gottkarte Ja genau Ja Aber warum war das Geld Warum war das bestimmt in Korea Weil sie ja dann auch zu Jim's Grab gehen Ja aber das hätten wir ja auch In Los Angeles aufstellen können Ja das stimmt Wir wissen ja nicht wo er gestorben ist Das ist Richtig Ja Ich bin einfach davon ausgegangen Weil da ganz viele Asiaten Die ganze Zeit unterwegs waren Ja Ja im Krankenhaus Das ist jetzt nicht in Koreatown oder so war Sondern Sondern in Korea Tatsächlich Und wenn jetzt der Arzt Zwar asiatisch gewesen wäre Aber ein Amerikaner Dann hätte der bestimmt nicht Hätte auch Englisch geredet Genau Ja Dann war das bestimmt in Seoul Mhm Aber es ist in Korea Weil da ist nämlich dahinter Ein Grabstein Das sind auch asiatische Schriftzüge Achso Ich glaube nicht Dass sie jetzt einen asiatischen Friedhof gemacht haben Nur für Asiaten Ja wer weiß Okay Chinatown haben sie auch schon Naja Aber warum Ein schicker Friedhof Den fand ich schön Ist mir nicht aufgefallen Nur mit diesen ganzen Bäumen Und Und recht leer Ja viel Platz Ja Gibt es in München auch Der Waldfriedhof Oder wie er heißt Südfriedhof Kann sein Ja 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 wirklich Ja jetzt haben wir es schon verraten Chin ist offensichtlich tot Ja Wir wissen aber gar nicht Wann das passiert Weil Auf der Insel ist er ja ziemlich lebendig Naja Groß rauskommen ist auf jeden Fall mal Und Wir wissen dass das ja jetzt Innerhalb der nächsten Acht Monate passiert Äh sieben Ja Ja Auf dem Grabstein ist mir dann noch aufgefallen Also Soon und Hurley fahren dann zu seinem Zu diesem Grab Weil er Geburtstag hat Oder so Ja oder vielleicht weil er eine Tochter gekriegt hat Oder deswegen Ja Aber auf dem Grabstein steht glaube ich 2004 Ja dann Achso 1980 bis 2004 Oh dann würden ja tatsächlich nicht mehr viele Tage übrig bleiben Das stimmt Sechs Tage hat er noch Verdammt ja Achso Ich dachte das war einfach das Datum des Flugzeugabsturzes Wann war denn der Flugzeugabsturz? Achso das kann natürlich auch sein Ja natürlich Weil sie haben Weil die sind doch alle beim Flugzeugabsturz gestorben Genau Oder? Ja Ja stimmt Dann ist das wahrscheinlich schon vor dem aktuellen Datum auf der Insel Aber dann ist der da ja gerade mal 24 Ne das stimmt nicht Habe ich mich auch gewundert Auf der anderen Seite steht sein Geburtsdatum Ich denke 1980 ist das Geburtsdatum von Soon Äh okay Und links steht was? Da steht nämlich 1974 Okay Also rechts Ich habe nur 1980 und 2004 gesehen Links steht 1980 und rechts steht 1974 und 2004 Deswegen denke ich das ist sein Geburtsdatum Weil der ist nicht 24 Der ist älter Ja du hast recht Ich habe mir gerade eine Übersetzung geholt Echt? Wie geht denn das? Kann ich mal hier in den Chat schmeißen Okay dann füge ich es ein Ah Und du hast recht Also das links ist Is Sons Geburtsdatum Ja ja Wife, Paik, Son, Wa Won, Jin, So Stomp Stomp Ja dann ist Soon ja genauso alt wie ich Ja das war es da dann schon oder? Also Soon erzählt dann unter Tränen Jin das alles Ja dass er jetzt eine Tochter hat Und dass sie sie so genannt hat Wie er sich das gewünscht hat Und das ist ganz tragisch Wussten wir denn eigentlich schon Dass Soon eine von den Oceanic Six ist? Haben wir die schon mal gesehen? Nee? Nope Also sind wir jetzt fast vollständig oder? Wir haben Soon Ich habe total den Überblick verloren Wir haben Hurley Ja Wir haben Jack Kate Ja Aaron Fehlt noch einen Mit Aaron Dann wären es dann schon sechs oder? Nee Ich habe doch Nein Ich habe einfach mitgezählt Ich habe nur fünf Finger Also mit Aaron sind es fünf? Ja Ja Ah Okay Aber ich weiß nicht ob ich schon noch einen vergessen habe Den wir schon kennen Und du willst jetzt nicht spoilern? Nein Ich will wissen Ah Said Ah Said Ah Said Genau Dann haben wir schon sechs Dann haben wir jetzt Ja Aber ich zähle noch immer nicht Aaron dazu Ich weiß nicht Ich will nicht dazu zählen Weil ich habe ganz andere Namen erwähnt Wer war das? Ich glaube Sawyer war dabei oder? Stimmt Ja Sawyer war dabei Und Locke hast du noch erwähnt Locke auch? Ja schon dass er da ist Weil Gut Ja Aber da waren wir uns ja auch einig Dass er nicht zu den O'Shea NXX gehört Stimmt Na gut Das ist das Also Das ist eine neue Erkenntnis Gin ist tot Und Das finde ich jetzt auch wieder so gut gemacht Mit den Flash Forwards Weil man ja jetzt sich überlegt Wann und wo passiert das? Man weiß schon Das wird jetzt demnächst irgendwann wohl passieren Und Weiß aber nicht wo Oder vielleicht passiert es auch nicht Ja stimmt Weil alle anderen sind ja tot Kann ja auch einfach nur sein Dass er nicht mit zurückgekommen ist Genau Weil er ist ja beim Abschutz gestorben Ja Offiziell sind ja alle tot eigentlich Genau Ja Gut Dann Ja Inselhandlung Oder Ja Klang jetzt gerade koreanisch Aha Ja Inselhandlung Ja Weil wir jetzt haben auch eine Schiffshandlung Und eine Inselhandlung Also für mich ist das beides die Inselhandlung Aber wir können das auch gerne trennen Ja Mir ist das furcht eigentlich Es ist ja auch zu unterschiedlichen Zeiten Ja Ja komm Dann machen wir die Insel zuerst Weil da haben wir dann wieder wieder Gin und Sun dabei Und dann Genau Dann haben wir den Teil weg Ja Gut Dann mache ich das mal kurz da Mach mal Ja Gin und Sun sind mitten in der Nacht am Strand Und Gin möchte natürlich Über etwas ganz Wichtiges reden Was Eltern halt wollen Wie soll das Kind heißen Sun ist aber noch nicht wirklich so davon überzeugt Dass sie darüber reden sollen Und Ja Wir wissen ja Es ist ja nicht sicher Ob das Kind jetzt überleben wird Beziehungsweise ob sie überleben wird Weil halt auf der Insel irgendwie alle sterben Die Schwanger waren Deswegen ist es verständlich Dass ich nicht darüber reden möchte Aber Gin weiß es halt nicht Am nächsten Morgen dann Ähm Informiert Na Ah Am nächsten Morgen Kehren Kate und Jack zurück Die haben ja die anderen da gejagt Den Physiker und die Archäologin Ich hab die Namen wieder vergessen Charlotte Charlotte genau Und wie hieß der Physiker nochmal? Daniel Faraday Faraday Ja Ja Und dann erwähnt halt Kate Was halt passiert ist Dass sie zu dieser Anlage gegangen sind Dass sie die abgeschalten haben Und die Juliette eigentlich nur erzählt hat Dass das eine gewöhnliche Anlage ist, oder? Ja Da hab ich nämlich wieder nicht gedacht, Tim Die sagen da nämlich auch Dass eben Dass es eine Giftgasfabrik war Und nicht Also Dass es kein Kraftwerk war Okay Weil da hatten wir es ja kurz drüber Dass wir uns selber nicht so ganz sicher waren Ob die da Ob das eine komische Art von Gaskraftwerk Oder sowas Irgendwann haben sie mal Powerplant gesagt Aber das muss nicht bestimmt haben Das war glaube ich Genau Das war glaube ich einfach die Die Tarnung für das Gebäude Ja Genau Und ja Und wie halt Alle schon wissen Juliette Lügt ja ab und zu Ein bisschen Und deswegen weiß man nicht Ob man ihr glauben soll Und er wird auch so natürlich Bisschen unsicher Ja Wie geht's dann weiter Ja Sun Versucht sich ja Für ihr Medikament Zu klauen Von Juliette Ich dachte Vorher spricht Bin noch Ach so Ja das war ja deswegen Weil Weil Kate halt nicht glaubt Dass sie gerettet werden Genau Und dann beschließt sie Zu Lok zu gehen Genau Genau Das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen Ja Und Juliette sagt ihr dann ja eben Lass das mal lieber sein Weil du weißt ja Du wirst sonst sterben Mhm Und sie vertraut ihr aber nicht Das sagt sie ihr dann auch Ja Ja eben deshalb Weil Juliette schon so viel gelogen hat Ähm Sieht sie jetzt nicht mehr ein Warum sie ihr Das da jetzt auch noch glauben soll Und geht einfach davon aus Dass es Wieder nur irgendeine Finte ist Um sie Um sie halt in der Nähe zu halten Ja Es gibt ja auch keinen Hinweis da drauf Dass was dran ist Weil ihr geht's gut Und Aaron geht's gut Genau Claire geht's gut Ja Genau Und Claire ist ja mit ihrem Mit ihrem Kind auch bei Lok Ähm Ja Und dann fand ich es aber Umso seltsamer Als dann in der Ähm In der Szene Als Juliet Ähm Chin Erzählt Dass Äh Dass Sun sich ja nicht sicher war Ob das wirklich das Kind von Chin ist Und dass sie eine Affäre hatte Und so weiter Dass ihr das dann wieder Einfach so geglaubt wird Ja gut Aber Es hat ja jetzt erstmal primär Mit Juliet Nur Sun ein Problem Ihr zu glauben Und die anderen Vielleicht ja Ich weiß nicht Also ich dachte mir da schon so An Jins Stelle Ähm Ich weiß nicht Da erzählt irgendeine Wildfremde Die Die vor einer Weile noch Bei den Leuten rumgehangen hat Die versucht haben Uns hier umzubringen Und so Behauptet einfach was Und ohne ein Wort mit meiner Frau Zu wechseln Ähm Gehe ich einfach mal davon aus Dass das stimmt Ja aber was hat die Frau gemacht Sie hat dir eine Ohrfeige gegeben Ja aber sie hat sich nicht mehr verteidigt Sie ist einfach ruhig Ja genau Weil gegen so einen Quatsch Musst du dich ja Musst du dich auch Wenn irgendjemand irgendwas behauptet Dann musst du jetzt erstmal Also Ich Ich fand nicht Dass Sun sich da Besonders verdächtig verhalten hat Die hätte ja auch eine Ohrfeige geben können Weil es eine unglaubliche Frechheit ist Sowas zu behaupten Einfach nur Das hätte ja die nächste Lüge sein können Einfach um die da zu behalten Das ist richtig ja Und wir haben die ganze Zeit Immer wieder gezeigt gekriegt Dass Jin und Sun jetzt mittlerweile so Eng sind Und so ein Vertrauen zueinander haben Das ist alles Dass es irgendwie Eine ganz Gefestigte Beziehung geworden ist War es ja dann am Ende der Folge auch wieder Aber Ich fand das ein bisschen aufgesetzt Dieses Oh Gott Das ist Es ist alles ganz schlimm Und du hast mich betrogen Und anstatt einfach mal Sie zu fragen Stimmt das Was diese komische Frau da sagt Sun hätte es dann wahrscheinlich Nicht mal Nicht mal gebracht Ihn anzulügen Aber Ich weiß nicht Das ist halt wieder so Hatten wir vor Ewigkeiten schon mal Ich weiß nicht mehr in welcher Folge Wenn Leute mehr miteinander reden würden Ja Und weniger einfach annehmen Dann Gäbs da glaube ich Weniger Probleme Kommunikation Ja Ja kann sein Dass das ein bisschen aufgesetzt war Aber dann zumindest Diese folgende Szene mit Bernard war ganz schön Beim Angeln Ja Ja und auch die Der Moment davor Also als die Als Sun und Jin sich dann so ein bisschen Ja weiß ich nicht Er ist halt angefressen Und will weggehen Und sie Jammert ihn An Und rede doch mit mir Und Bernard kommt ja eben dazu Und Ich weiß gar nicht mehr Er fängt auf jeden Fall einfach an zu reden Und merkt erst dann Dass es irgendwie Dass es gerade nicht der beste Moment war Ja Da muss ich ja nicht an Hurley denken Ja genau Das hätte auch Hurley passieren können So dieses Ups Schlechter Moment gerade Oder Vielleicht Ja Aber Jin Jin Macht sich da ja auf zum Fischen Will ein bisschen alleine sein Ähm Scheint dann ja aber Ganz ganz froh über die Gesellschaft von Bernard zu sein Und dann haben die beide halt so ihren Buddy Angel Ausflug Auf einem Boot Wo ich jetzt nicht wusste Wo das hergekommen sein soll Pfff Du fragst Dinge Ist mir aufgefallen Jetzt wo du es sagst Das war vielleicht das Beiboot von 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 Der Nussschale von Desmond oder so Oder das Boot mit dem hier Der Freund von Alex gekommen ist Oder Ah gut kann sein Sind doch schon ein paar Leute mit Booten gekommen Sawyer und Kate sind auch mit dem Boot gekommen Ja eben Da hat man gar keinen Überblick mehr Welches Boot das war Ich weiß es nicht Egal Und daraufhin Ähm Passiert dann noch was Oder Kommt dann danach Jin schon wieder zurück Ja im Prinzip schon Also Das Naja Das war glaube ich einfach nur Für Für Jin Wichtig Dass er halt so ein bisschen Zeit hat Um drüber nachzudenken Und Ähm Dann Also Ich fand jetzt nicht Dass es da so ein Ein Satz von Bernard gab Auch wenn der halt Erzählt ihr ein bisschen was von Rose Und sie hat Krebs Und Ähm Ja Jin Überlegt halt ein bisschen Wie er mit der Situation jetzt umgehen soll Und Macht dann das Richtige Geht zu Sun Und redet mit ihr Nie vorher kommt noch eine Szene mit Sun Und Juliet Wo Juliet ihr nochmal erklärt Dass das Wirklich der Wahrheit Wahrheit entspricht Und dass sie Das als einzige Maßnahme Noch gesehen hat Das zu tun Was sie jetzt getan hat Nämlich Jin Davon zu erzählen Damit sie eben nicht zu Locke geht Also Sie erklärt Erklärt ihr nochmal Dass sie ihr damit wirklich Nur helfen wollte Irgendwie Ja Ja Kann man ihr halt Einfach genauso glauben Wie die Sachen vorher Oder nicht Ja Aber ich glaube Dass Sun Es ihr jetzt glaubt Weil Sie ändert ja dann auch Ihre Meinung Ja Ja stimmt Das war vielleicht noch eine Sache Die Bernard gesagt hat Die ich ganz nett fand Ähm Weil mit Rose Ist es ja eben so Auf der Insel Ist ihr Krebs ja verschwunden Ähm Und trotzdem Sind die beiden Ja nicht bei Bei Locke's Gruppe Sondern bei Denen Die sich Von der Insel Retten lassen wollen Einfach nur aus der Simplen Tatsache Dass Locke Dass sie Locke Nicht vertrauen Dass Locke Ich weiß nicht was er sagt Ein schlechter Mensch ist Oder sowas Ja Hat man einfach nur mal Wieder gesehen Was für tolle Menschen Meine zwei Lieblinge Da sind Ja Am Ende Vergibt Jin der Sun Und sie will dann doch Nicht mehr zur Locke Ende gut Alles gut Eigentlich Und mehr passiert dann auch Wieder nicht bei den beiden Jetzt auf der Insel Ja Also wir sind am Ende Eigentlich wieder da Wo wir Wo wir am Anfang waren So im Verhältnis Zwischen den beiden Aber irgendwie war klar Dass das mal behandelt werden Muss das Thema Also die Affäre von Sun und so Jetzt ist es mal Endlich abgeschlossen Mhm Ja Stimmt Und Jin sagt Er tut alles Damit Sun von der Insel kommt Ja Weil er ja jetzt Geklärt ist Dass es sein Kind ist Wäre es nicht sein es gewesen Hätte er sie wahrscheinlich Zum Teufel geschickt Ah Was mir jetzt aufgefallen ist Jin wollte ja immer Wollte ja das Kind Nicht in Korea großziehen Oder Er hat immer Irgendwelche US-Städte Erwähnt Und Sun meinte halt Nein Ich will das Kind In Korea groß Sehen Ja ich glaube Jin ging es eher darum Weg von Sons Vater zu kommen Ja Weil also Weil ein Flash-Forward Ist am Ende doch In Korea geblieben Und Ja Ist ja wurscht Was ihr Mann wollte Ja Ja gut Er ist ja auch Nicht mehr da Ja 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 Na gut Dann gibt es noch Eine Frachterhandlung Oder gibt es auch noch Eine Handlung bei Locke Ich bin mir jetzt gerade unsicher Nö ich glaube Locke taucht Taucht gar nicht auf Diese Folge Doch 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 Mit Sicherheit taucht er auf Weil Ja Nee stimmt Nein Taucht er nicht auf Der sagte ja In der letzten Folge Hat er ja schon Gesagt Wer der Spion Auf dem Also hat Ben schon gesagt Wer der Spion Auf dem Schiff ist Nur wir haben es nicht mitbekommen Ja Dann sind wir nur noch Im Frachter unterwegs Ich habe übrigens eben gelesen Dass es doch Hinweise gab Dass es nicht Ein Flash-Forward ist Mit Jin Weil das Das Jahr des Drachen War zuletzt Im Jahr 2000 Okay Wann war das? Zuletzt im Jahr 2000 Also vor dem Jahr 2004 Okay Und Dass Jin Ein Mobiltelefon Modell hat Was Was ist Was sehr alt ist Aber okay Das wäre jetzt für mich Kein Grund Ich gebe mich geschlagen Das war völlig offensichtlich Die ganze Zeit Ja das mit dem Jahr Mit dem Jahr des Drachen Finde ich schon Wenn man dann Wenn man weiß Ja das muss man aber halt auch wissen Genau Deswegen haben sie es vielleicht auch gemacht Als verstecktes Ding Wo sie gesagt haben Das merken die eh nie Für so Leute aus dem Westen Genau Ja okay Zum Frachter Die Kahana Die Kahana Was heißt das nochmal Oder wo Was war das? War das jetzt Ich bin jetzt durcheinander Weil wir uns drüber unterhalten War das jetzt der König Oder war es eine Insel Der König heißt Kameamea Ja dann Dann war es doch Eine Wo war ich denn Hier Kahana Eine Ortschaft Auf Hawaii Einfach Auf Oahu Auf Was? Hast du nicht eben geschrieben Oahu Das ist ja die Hauptinsel von Hawaii Da wo Honolulu auch ist Das weiß ich nicht mal Ja im Honolulu Kauti Genau das hattest du geschrieben Wie heißt der König? Kameamea King Kameamea Achso ich hab gerade Kameamea Kameamea Genau Deswegen hab ich das dran denken müssen So heißt der Ja Kameamea Ja Und was war da dran Jetzt witzig Ich hab's nicht mitbekommen Woran hast du denken müssen? An Dragon Ball Ja das kenn ich nicht Achso Da machen die das irgendwie Ah so Ich hab auch Dragon Ball nie gesehen Aber das kenn ich Na ich bin damit aufgewachsen Ich kenn's halt aus Magnum Weil damit bin ich aufgewachsen Ich hab nichts von beidem gesehen Ich bin total raus Rick hat nämlich den King Kameamea Club Und Rick ist Tom Selleck Also andersrum Rick ist Magnums Kumpel aus dem Krieg Der eine von beiden Heißt der Magnum Magnum heißt Magnum Achso Ich dachte Thomas Magnum Ich dachte der hat ne Magnum Ne ne der heißt Thomas Magnum Ich dachte es auch immer Und der andere Kumpel Ist ein Hubschrauberpilot Und dessen Namen Hab ich aber grad vergessen Lupides Genau Lepides Kommen wir zu Lepides Denn der Das ist auch die erste Szene Kleid mich auf so einem Frachter Hat ne Tüte Ne braune Tüte Wie aus dem Sexshop Und läuft Achso Ich dachte eher an Alkohol Achso Tüte trinkst In der du nur Alkoholische Getränke Transportierst Stimmt das kann's auch sein Auf jeden Fall so ne Papiertüte Und wird von dem Typen den du kennst Dem Bösen Genau Der so böse Chemie heißt er Wird er angesprochen Dass er sich Bereithalten soll Oder ob er fertig ist Weil sie wollen offensichtlich Weggeflogen werden Weil wozu sollte er sich Sonst bereithalten Ja Das ist ein Hubschrauber Bedeutet Eben Also Lepides Traut diesem Kimi Auch nicht so richtig Der hat auch immer so Leicht Befremdliches Aussehen Wenn die sich treffen Oder wenn die miteinander reden So auch hier Ich finde übrigens Der Captain Den wir später glaube ich Noch sehen Oder in der nächsten Folge Ich weiß es nicht mehr Nein den sehen wir später Ach verdammt Ich hab den immer mit dem Kimi Verwechselt und dachte Am Anfang Das ist der gleiche Aber das ist ein anderer Ja Die sehen auch völlig Unterschiedlich aus Ja der eine sieht böse aus Der Captain Der sieht nicht böse aus Aber der andere Der sieht böse aus Das ist ein fieser Typ Das sieht man von Anfang an Ich dachte Das ist echt Dasselbe Person Ach dachtest du auch Siehst du Ja Aha Deswegen war ich Schon überrascht Er ist der Kapitän Wow cool Er ist tatsächlich Nicht der Kapitän Aber wir kommen jetzt Doch zum Captain Glaube ich Weil sie Lepides Gibt den ja die Bohnen Weil der hat in der Tüte Dosen mit Bohnen Als Essen Weil es gibt gerade ein Problem In der Küche Und am nächsten Morgen Wacht dann Desmond auf Während Said Bohnen ist Und dann sieht er Wie gerade irgendein Zettel Durch die Tür Geschoben wird Und da steht drauf Trau dem Kapitän nicht Oder Ja Und dann müsst ihr mir Jetzt weiterhelfen Weil jetzt weiß ich Tatsächlich nicht mehr Wie es weitergeht Auf dem Frachter Ähm Die Ich glaube die beiden Sollen dann endlich Den Den Kapitän Kennenlernen dürfen Und Werden Werden dafür An Deck gebracht Und Das ist glaube ich Die Szene In der das Mädel Das vor der Tür Von den beiden saß Also als Lupides Denen das Essen bringt Sitzt da eine vor der Tür Und bewacht Ähm Die beiden praktisch Die irgendwie Ziemlich daneben Zu sein scheint Weil Sie Weil sie Das Buch Das sie angeblich liest Verkehrt rum hält Und das gar nicht merkt Und so Und die Sieht man in dieser Szene Wie sie sich mit so einer Kette umwickelt Ins Wasser stürzt Und Ja Ach genau Aber dann Dann kommt doch der Käpt'n Ja Ich habe doch gesagt Der kommt Ach so Doch Okay Ja Und da lernen wir Dann nämlich den Käpt'n kennen Weil Ähm Saeed Und Und hier Desmond Von dem Käpt'n Dann abgehalten werden Irgendwelche Rettungsversuche Zu unternehmen Von eben Ich weiß nicht wie er heißt Dem Käpt'n Käpt'n Gold Gold Okay Ja Es ist ein ziemlich gruseliger Moment Wie sie da ins Wasser springt Und niemand Ja Weil sie läuft So ein bisschen Zombie mäßig Also scheint Nicht ganz bei sich zu sein Genau Und Niemand macht was Weil es kann ja auch niemand was machen Da hat der Käpt'n ja dann auch recht Weil was bringt es Wenn man mit Keine Ahnung 20 Kilo Ketten ins Wasser springt Dann kann auch niemand mehr Ein Bringt es auch nicht Rettungsring hinterher zu machen Vor allem weil man ja nicht gerettet werden will Wenn man mit 20 Kilo Ketten ins Wasser springt Ich habe von meiner Mathelehrerin Früher immer Ärger gekriegt Beziehungsweise alle Wenn wir einfach nur Kilo gesagt haben Aha Ich nicht Ja Weil Kilo heißt ja nur 1000 Ja Ja Ich habe Latein gehabt Du auch Ja Da lernt man Das kommt immer auf den Kontext an Wenn ein Lateiner was sagt Nein Ich hatte nur gerade so ein Bild im Kopf Wie sie mit 20.000 Ketten Die sich so mit Mühe und Not gerade halten kann Wenn ins Wasser springt Ja das wäre dann Mr. T gewesen Ja Genau Ich weiß nicht wie es weiter geht Mit dem Naja dann sind sie tatsächlich beim Käpt'n Auf der Brücke oder in seinem Büro oder so Ach genau Der sagt ihnen dann Dass sie tatsächlich da im Auftrag von Charles Whitmore unterwegs sind Und erklärt ihnen auch warum Weil Nämlich Ben Der böse Ben Die So viel Macht und Einfluss hat Dass er den Absturz Von Flugab 815 faken konnte Der ja Wie wir jetzt schon oft gesehen haben Irgendwo vor Bali oder so stattfand offenbar Und Dafür auch Ja Jede Menge Geld wohl benötigt Ja natürlich Um da irgendwie die Leichen Reinzukriegen Und wo kommen die her Die Leichen Und ein ganzes Flugzeug Und ein ganzes Flugzeug Genau Ja Und er zeigt ihnen da eben Er zeigt ihnen da Dokumente darüber Und sie sind eben auf der Mission Um Benjamin Linus zu finden Und die Insel Ja Und damit haben wir auch das schon fast Ja Weil Also Willst du oder soll ich Wetter Nö ich wollte nur noch sagen Und von daher stimmt das ja Was Ben gesagt hat erstmal Dass sie auf der Suche nach ihm sind Ja Was er natürlich weggelassen hat Ist der Fakt Warum Charles Whitmore Hatten wir in dem Zusammenhang Tatsächlich bis jetzt noch nicht gesehen Oder Das ist jetzt das erste Mal Dass wir erfahren Dass das sein Boot ist Ja Ja weil der Captain meint ja auch so Ja natürlich Habe ich ja kein Problem Warum soll ich da ein Geheimnis draus machen Und ach stimmt Hier Desmond Du weißt ja auch wer das ist Weil das ist ja der Vater Deiner Freundin und so Ja und vielleicht hat Penny Ja über ihn Rausbekommen Wo die Insel ist Also sie hat ja gesagt In der letzten Oder in der vorletzten Folge Sie weiß von der Insel Ja Und vielleicht wahrscheinlich Hat sie das dann über ihn rausbekommen Das ist ja gar nicht so Unblausig Das könnte sein Ja Ja und dann lernen wir noch Bens Spion kennen Ja Genau Der Arzt bringt die beiden In ihr neues Quartier Das Im Ruhigenteil Von Schiff sein soll Es ist so ruhig Dass sich sogar die Kakerlaken Dahin zurückziehen Ja 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 weil Als er die Tür aufmacht Sehen wir mal die Kakerlaken Da rum Die waren doch bestimmt Wieder CGI oder Bestimmt Ja Aber Ja Egal Also fand ich jetzt Ist mir jetzt nicht Negativ aufgefallen Das war das erste Mal Dass es mir negativ aufgefallen Echt Also mit den Vögeln Ist es mir ja nicht Wirklich aufgefallen Also Die Kakerlaken Fand ich nicht schlimm Zumindest das erste Mal Bei Tieren Und hier habe ich gedacht Oh die sieht jetzt aus Als wäre es irgendwie So computeranimiert Klar bei Explosionen Ist es mir auch schon aufgefallen Aber ich meine Ihr habt ja immer so Über den Den Vogel Den Vogel Ja und dann sehen Sie Ja und dann sehen Sie natürlich Einen fetten Blutfleck An der Wand Der anscheinend noch immer Nicht weggewischt wurde Weil sich der Arzt Sie mich gleich drüber Beschwert Und Ruft dann gleich Jemanden her Und zwar Einen Typen Namens Johnson Ja also dieser Blutfleck Weist wohl darauf hin Dass Es neben Minkowski Und dieser Frau Also dass sie wohl Schon einige Verluste Hatten Auf diesem Schiff Ja Ja Das sagt sogar der Kapitän Dann so Said Weil Said fragte Der Kapitän Warum er sie nicht retten will Und er meinte Er will nicht noch mehr Leute verlieren Ja Das heißt Er hat wirklich Die drehen irgendwie alle durch Ja Das hat mich nämlich An Ein Spiel erinnert An Na Dead Space Da muss ich dran denken Die ganze Zeit Kennen Sie das? Ich habe es mir irgendwann mal Bei einem Sale gekauft Aber nie gespielt Das ist so ein Horrorspiel Im Weltraum oder? Ja Also ist ziemlich gut eigentlich Und da muss ich nämlich Daran denken Weil die haben sich da auch Alle umgebracht Weil sie verrückt geworden sind Und das ist genau dasselbe Ja Gut Wir lernen jetzt Mit hoher Wahrscheinlichkeit Weiß ich nicht Den Spion kennen Ich glaube das geht gegen 100 Ja Und zwar Allein schon so Diese Szene Wie er auf die beiden zuläuft Also dieser Ja Eben der Typ Den der Arzt ruft Um den Blutfleck wegzumachen Wie er so in diesen Gang kommt Und immer Immer wenn er zwischen Diesen beiden Deckenlaternen ist Ist die Kamera auf ihn So Wenn das Geschichte im Schatten ist Und wenn er gerade aus dem Schatten raustritt Geht die Kamera wieder auf Said Oder auf Desmond Sodass man wirklich erst im letzten Moment Eben sieht Was ist Genau Und es ist Michael What Nein Michael Hat mich nur gewundert Dass sie das nicht als Als letzte Szene Der Folge genommen haben Ja war mit drin Gerade so dieses Wie er ins Licht tritt Und dann so Sie haben halt Als letztes Haben sie halt aufgelöst Ähm Die Flashbacks Zusammenfassend Ja Habt ihr auf Englisch geschaut Oder auf Deutsch Ich hab auf Englisch geguckt Ja ich auch Okay weil Im Deutschen Merkt man eher Dass es der Michael ist An der Stimme schon Weil im Englischen Kann ich die Stimmen Von den Schauspielern Sehr sehr selten Voneinander unterscheiden Und im Deutschen Kann es das ja Ziemlich einfach Ja aber das kommt auch drauf an Weil du halt immer Auf Deutsch schaust Wenn du es jetzt immer Auf Englisch schaust Dann fällt das dir auch schon auf Ja gut Und das Ja aber es kommt halt auch Immer drauf an Die Schauspieler wissen ja Was in der Szene passiert Und die geben sich In so Szenen Bei Ben hatten wir das Doch auch schon Ja ja Geben sich da glaube ich Schon immer ein bisschen Anders zu klingen Aber das wissen Als Synchronsprecher Weißt du das ja oft gar nicht Ja hallo Die sehen doch was Die da machen Nicht immer Und da gibt es ja auch Nochmal extra ein Drehbuch vor Also das sollte schon Jemand auch Wenn das nicht funktioniert Dann hat jemand Nicht richtig gearbeitet Würde ich eher sagen Ja aber Also ich weiß nicht Was ich so aus Dem Synchronsprecher Geschäft Mitkriege Ist das mittlerweile Schon sehr Sehr zack zack Und schnell Und eben nicht immer so Dass die Leute Den Kontext der Szene Auch kennen Ja ich würde jetzt auch Gar nicht sagen Dass das funktioniert Weil man kennt ja auch So Szenen Bei Star Wars Die völlig falsch übersetzt wurden Oder Weit teurer Produktion Ja ja das ist halt so Das funktioniert halt nicht immer Ja Sagen die nicht bei Star Wars Es gibt einen anderen Himmel Wo sie Ne sagen sie schon Ne sagen sie nicht Aber das war Im Buch war das Im Buch war das Ja ja genau Daran erinnere ich mich noch Genau Das fand ich sehr erwisant Genau There is another Skywalker Wollte Jo dann noch sagen Ja Okay also Wir haben Michael wieder Hätte ich nicht mitgerechnet Mario Also Jan natürlich schon Mario Also ich hab mir gedacht Wir sehen ihn irgendwann Wieder mal so Ganz kurz Wie es ihm jetzt halt geht Aber ich hätte es nicht gedacht Dass ich ihn da jetzt sehen würde Auf dem Sprachter Eigentlich ist das schon Ich hab den damals Völlig vergessen Das war mir Der war halt weg Und ich hab ihn nicht vermisst Ich hab Der war halt nicht mehr da Es ist mir aber nicht Also Ich hab mich zu keinem Zeitpunkt gefragt Ach wann kommt denn der Michael mal wieder Sondern ich war eigentlich Ganz froh Dass der Dass der und Walt Raus sind Weil das war nie so ein Charakter Bei dem ich mich gefreut hab Wenn er auftritt Der hat halt auch eine undankbare Rolle Aber Ich hab ihn mir nicht zurückgewünscht Ja ich auch nicht Aber ich dachte mir halt Ja gut Den sehen wir sicher mal ganz kurz wieder Ja klar In irgendeinem Flashback oder so Vielleicht mal Aber So wie wir letzte Folge hier Tom Friendly Noch mal kurz in einem Flashback gesehen haben Wie er halt Juliet rausholt Das So halt Aber nicht als Als tragender Charakter Mhm Macht natürlich rückblickend wieder Total viel Sinn Ähm Dass er jetzt der Spion von Ben ist Ja gut Hätte auch jeder anders sein können Ja genau Ja aber es war zumindest eine große Überraschung Und ich hab mich Ich hab mich schon dann gefragt Wie das jetzt passieren konnte Weil alles was Michael ja immer wollte War Walt von der Insel runterkriegen Und warum sollte der jetzt Ähm Mit Mit Widmore zurück auf die Insel kommen Und sich dann von Von Ben anwerben lassen Ja Bewertung Ja Verzauberung Äh Fang ich mal an wieder Was war das Mein Telefon Oh Ähm Ich weiß noch nicht Was ich Cofondisziplin Nein das war hier Vibration Was Aber wenn das schlecht liegt Dann ist das auch ziemlich laut Ähm Ich weiß noch nicht so richtig Was ich der Folge geben will Also ich bin irgendwo zwischen 15 und 16 In diesem Spannungsfeld Ich hab ein Déjà-vu Warum War das beim letzten Mal auch so Das war letzte Folge auch so Und auch da hab ich dir und dir an schon zugehört Und hab mir die ganze Zeit gedacht Jetzt entscheidet euch mal 15 oder 16 15 oder 16 Ich nehm ne 5 Ne ich nehm ne 16 Weil Ähm Die Folge war insgesamt Nicht ganz so Nicht ganz so spannend Aber es gab halt diese zwei Wow Momente Und die reichen dann schon Um so um eine Stufe zu heben Vor allem wenn die Stufe sich ja nur um eins unterscheidet Ähm Also 16 Ähm Ich fand eben wie gesagt Diese Enthüllung da am Ende Nein in der Mitte ganz gut Dass Dass es eben Michael war Obwohl ich genau wie du Phil Auch Michael nicht so richtig mochte Und ich fand Ja ich fand auch diese Sache Ganz gut Jetzt wie es auf dem Frachter weiterging Dass die jetzt Von von Bord gesprungen ist Mit den Ketten Das fand ich ein bisschen gruselig Und Ja Ich fand auch die Die Flashbacks Flashforward Von daher gut Weil ich eben Auch dieses Dieses Ende halt Diese Auflösung gut fand Die Inselhandlung selbst Fand ich Jetzt nicht so Toll Ich hab's ja schon gesagt Die Szene Beim Angeln fand ich ganz gut Aber ansonsten Fand ich's halt ein bisschen Uninteressant Ja Ist glaube ich trotzdem noch Vertretbar Dass es eine 16 ist Mario Ja Mir fällt nur noch Eine lustige Sache ein Die Wenn das heute passieren würde Gäb's wahrscheinlich Riesenaufschrei Im Internet Wegen Wegen Gender Und so Weil Als Jin hier Den Panda Ins Krankenhaus bringt Fragt er doch Den Leibwächter Von dem Botschafter Noch Ob es jetzt ein Junge Oder ein Mädchen ist Macht er eine blaue Schleife drum Und legt die Rosa Schleife Zur Seite Er war für alles Vorbereitet Ja Weil wir wissen ja Blau für Jungs Genau Und rosa für Mädchen Das ist auch in Korea so Ich hab mal gehört Dass das in Italien Andersrum wäre Ja Es ist ja Also ich hab im Geschichtsunterricht gelernt Dass es vor 100 Jahren In Deutschland Auch genau anders Achso Da war nämlich Rosa war dafür Für die Jungs Weil Es halt das kleine Rot war Und rot Purpur und so Waren ja immer die Könige und so weiter Und deshalb Wart es für kleine Jungs Dann das Das kleine Rot Praktisch Und die Die Mädels Haben alle so Hellblau Und so bekommen Ja Mario Ja Eigentlich hast du Schon alles gesagt Ähm Ich gehe In der Folge Ah Bei einer 15 Was ja doch Bisschen fahrt war Und sonst hast du Ja schon alles gesagt Okay Dann hast du dich Für den Niedrigeren Für die niedrigeren Möglichkeit entschieden Und Jan Nein Ach Gott Jan wir vermissen Nicht so Zu viele Namen Zu viele Namen Jetzt ist auch noch Michael wieder da Phil Ja ich gebe dir Folge auch Eine 15 Also ich finde Das war Handlungsmäßig Eine sehr Belanglose Folge Ähm Die einzigen Momente Die da eben Schick waren Waren Die Eben die Enthüllung Dass Michael Benz Spion ist Und diese Wie Ja Die selben Momente Wie bei dir auch Tim Also dieses Flashback Flashforward Ding Die Auflösung Davon Weiß ich noch Dass ich die toll Fand beim ersten Mal Aber ansonsten Ist halt Ja Ne Ansonsten war da nichts Nix Tolles In der Folge Finde ich Okay Es gibt noch eine Kleine Referenz Die ich noch Gefunden hab Nickis Todesszene Wird mal wieder Im Fernsehen Gezeigt Also Nicht die Wo sie Sand In die Fresse Geschaufelt bekommt Sondern die Wo sie im Fernsehen erschossen wird In der Serie Exposé Das läuft nämlich Auf Sudens Fernsehen Im Vorwart Haben wir ja schon mal gesehen Ich glaub Bei Lok Lok hat diese Serie Auch schon mal Gesehen In seiner kleinen Wohnung Ja Das ist mir gar nicht Aufgefallen Mir auch nicht Ich hab's grad gelesen Nicky Ach Nicky Paolo Genau Die hab ich schon vergessen Aber du hast dir An ihren Namen erinnert Gerade Du hast den Namen Richtig gesagt Ja Wow Puh Gut Gut Jetzt hab ich euch Nochmal die Möglichkeit Gegeben Scheiße Euch letzte Worte Auszudenken Aber ich fang ja an Verdammt Dann sage ich Das Jahr des Drachen Äh Mario Panda Ich sage Genderpanda Genderpanda Und damit gewinnt wahrscheinlich Der Phil Applaus Bis zum nächsten Mal Ja beim nächsten Mal Werden wir wahrscheinlich hören Wie es weitergeht mit Wahrscheinlich Wie geht es weiter mit Lost Mit Lost So genauer wolltest du es erzählen Ich wollte eigentlich sagen Mit Michael Wow Wie geht es weiter mit Das ist Folge 80 Boah Bald haben wir die 100 Willst du schon wieder Wäsche aufhängen? Oder abhängen wieder